was geht leute ich bin denn zwar sagt herzlichen zurück zu einem neuen video in diesem video mache ich mal wieder ein meinungsvideo und zwar bezüglich dieses kommentares hier mach mal meinung über esstische klar kann ich machen also meine meinung zu esstischen naja sind halt esstische kann man drauf essen ja kann man auch mehr nutzen als esstische also kann man auch dort so die hausaufgaben machen wenn du in der schule bist kannst du nach hause kommen ist ganz offen es tisch hausaufgaben machen kann es aber auch so viel nutzen für ja zum spieler abend zum beispiel weiß kannst du brettspiel spielen kann man das monopoli oder auch mensch ärgere dich nicht oder auch schach oder was auch immer ne und ja genug glas für leute drum und dran kann halt jeder irgendwas machen ja was halt auf so einem kleinen tisch nicht machen sollte auch schon schreibtisch oder so ist halt ein bisschen klein ja kann es halt auch nicht so viel machen und mit so vielen leuten und so deshalb sind esstische welche auch vor allem groß sind gut dazu geeignet um eben dinge zu machen die man auf einem kleinen tisch nicht machen kann naja also was soll ich sagen das sind halt esstische tische aus holz ok ok ich hab's durchgezogen also schreibt mir in die kommentare zu was ich als nächstes meine meinung sagen soll und jetzt kommt nicht irgendwie mit couch oder sonst immer in dieser art nein das ist wirklich mal was ernst zu was soll ich im nächsten video dann im nächsten meinungsvideo meine meinung sagen ähm ja sonst würde ich sagen das war's hier im video bis zum nächsten mal falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch ein like da und wenn euch meine anderen videos gefallen dann abonniert diesen kanal und drückt auf die nicht vergessen es ist ja auch heute noch freitag das heißt ich mache nachher auch noch ein stream ajo dann tschüss